Ausgangspunkt ist ein Spruch der Seite schwabatastisch.de. Wenn der ganze Corona-Scheiz vorbei ist, mache ich mir erstmal ein paar schöne Dägg daheim. Man könnte hier jetzt auf viele Phänomene eingehen, uns geht es jetzt aber nur um das Wort Dägg. Interessant daran ist ja, dass das Schwäbische einen Umlaut aufweist. Im Vergleich zum Standard fehlt aber das Plural eh. Diese Karte des Atlas zur deutschen Alltagssprache zeigt, dass Dägg, hier in Blau, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in der Schweiz verbreitet ist. Wie man an den roten Punkten sehen kann, gibt es auch Gegenden im Süden, in denen kein E, aber auch kein Umlaut vorhanden ist. Hier sind Singular und Plural also formal nicht zu unterscheiden. Im Norden ist ausschließlich die Standardform Tage verbreitet. Wie kommt es also zum Umlaut und zu den Unterschieden? Gehen wir zunächst mal ganz kurz auf die Entstehung des Umlauts ein. Im Althochdeutschen hat sich der Stammvokal von manchen Wörtern, etwa der Pluralform Gasti, von A zur E verändert, Gesti. Das passierte genau dann, wenn ein I oder J folgte. Dieser Prozess wird als Primärumlaut bezeichnet. Im Prinzip war das ein Assimilationsprozess, darauf gehe ich hier aber nicht weiter ein. Jedenfalls war der Umlaut rein lautlich bedingt. Wörter, die kein I oder J in der Folgesilbe aufwiesen, wie eben die Althochdeutsche Pluralform Taga, wurden also auch nicht umgelautet. Im Althochdeutschen ist zunächst nur dieser Primärumlaut belegt. Wenig später wurden aber auch die bisherigen Ausnahmen und auch die anderen Vokale umgelautet, wenngleich sie erst später verschriftet wurden. Dadurch entstanden auch Ö und Ü und neue Diphtonge. Teilweise wird dies auch als Sekundärumlaut oder Restumlaut bezeichnet. Die Umlaute traten aber auch hier nur dann ein, wenn ein I oder J in der Folgesilbe auftauchte. Genau das änderte sich aber im Laufe der Zeit. Es kam zur Morphologisierung des Umlauts, teilweise auch als Grammatikalisierung bezeichnet. Unter Morphologisierung verstehen wir hier den Wandel von einer phonologischen zu einer morphologischen Regularität. Zunächst galt die phonologische Regel Umlaut vor I oder J in der Folgesilbe. Weil dadurch aber recht viele Wörter im Plural den Umlaut bildeten, wurde sie mit der Zeit abgelöst von der morphologischen Regel, der Umlaut markiert den Plural. Man spricht hier davon, dass eine Re-Analyse stattgefunden hat, eine Uminterpretation des Umlauts als Pluralanzeiger. Was heißt das konkret? Der Umlaut wurde nun analog auch auf Wörter übertragen, die ursprünglich gar kein Umlautauslösendes I in der Folgesilbe hatten. Zum Beispiel das Wort Wolf. Weil der althochdeutsche Plural kein I enthielt, kam es zunächst auch nicht zum Umlaut. Das häufige Muster bei anderen Wörtern wie Gast führte aber dazu, dass der Umlaut nun auch auf Wolf übertragen wurde. Es gibt hier verschiedene Bezeichnungen. Meistens wird vom analogen, analogischen oder eben morphologischen Umlaut gesprochen. Aber die Regel war nicht so stark, dass sie sich bei allen Wörtern durchgesetzt hat. So kommt es zu einem Nebeneinander von umgelauteten und nicht umgelauteten Wörtern, was für Deutschlernte natürlich eine Herausforderung darstellt. Aber manchmal haben wir hier auch Variation. Ein schönes Beispiel ist da der Wagen. Auch hier ist die umgelautete Form Wägen im Süden, besonders im Südwesten, beliebter. Auch in der Schriftsprache ist diese Form zum Teil verbreitet. Goethe etwa hat sie auch benutzt. Bei diesem Wort ist es ja so, dass wir keine Pluralendung haben, also allein der Umlaut für eine eindeutige Unterscheidung zwischen Singular und Plural sorgt. Und das führt uns zu einem weiteren Grund für den Erfolg des Umlauts. Vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen fand die sogenannte Nebensilbenabschwächung statt, in der alle Nebensilbenvokale zum E-Schwarz zusammenfielen. Singular und Plural waren zunächst weiterhin noch unterscheidbar. Teilweise fand aber noch ein weiterer Prozess statt, die sogenannte Apokope. Darunter versteht man die Tilgung eines unbetonten E am Wortende. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Bei Wörtern mit Umlaut war die Unterscheidung zwischen Singular und Plural weiterhin vorhanden. Bei den anderen drohten die beiden Numeri aber formal zusammenzufallen. Der Umlaut in Wörtern wie Wölfe half also dabei, Singular und Plural weiterhin unterscheidbar zu halten. Es fand eine Numerusprofilierung durch den Umlaut statt. Aber eben nicht immer, manche Wörter sind heute trotzdem umlautlos. Das E wurde dann häufig restituiert, das heißt die Apokope konnte sich im Standarddeutschen letztendlich nicht durchsetzen. Bei Wörtern wie Gäste oder Wölfe ist der Plural also doppelt markiert, sowohl mit dem Umlaut als auch mit der E-Endung. Im Süden aber, und das führt uns zurück zur Karte, haben wir deutlich mehr apokopierte Formen, wie wir an den blauen und roten Punkten sehen können. Im Oberdeutschen wirkt die Apokope besonders stark, daher drohen hier die Numerusunterschiede unterzugehen. Und daher war der Umlaut hier noch erfolgreicher. So kommen dann Formen wie Däck zustande. Man könnte also sagen, dass der Südwesten konsequenter bei der Numerusprofilierung war. Aber gut, er hatte es halt auch nötiger. Die hier genannte Form Erm kenne ich beispielsweise auch aus dem Schwäbischen. Zum Schluss noch der Hinweis, dass es auch in anderen germanischen Sprachen zu Umlautprozessen kam. Im Englischen und Niederländischen sieht man aber nur noch Reste davon, also in wenigen Wörtern. Im Luxemburgischen dagegen ging die Morphologisierung des Umlauts noch weiter, wie diese Tabelle von Nübling zeigt. Einige der hier aufgeführten Wörter haben zwar auch im Deutschen einen Umlaut, hinzu kommen aber Wörter wie Monat oder Name. Nübling schreibt, das Luxemburgische habe den Umlaut zur Kodierung des Plurals so stark genutzt, wie keine andere germanische Sprache. Die Wörter in der Tabelle kommen daher auch ohne das Plural-E aus. Und dieses Video kommt zwar auch ohne aus, freuen würde ich mich aber trotzdem über ein paar Däumen nach oben. Und das Video kommt dann auch ohne aus, ein paar Däumen nach oben. Und das Video kommt dann auch um ein paar Däumen nach oben. Und das Video